Das 40. Kosovo-Kontingent wird in der Klagenfurt der Kevenhüller-Kaserne verabschiedet. Rund 400 Soldatinnen und Soldaten werden in den nächsten sechs Monaten ihren Dienst in den verschiedensten Funktionen versehen. Bei einer abschließenden Einsatzübung wird der Schutz von Liegenschaften vor Angreifern noch einmal geübt. Die Annahme für unsere Übung ist, dass es zu Spannungszuständen im Einsatzland selbst gekommen ist, damit wir unsere Soldaten richtig ausbilden können, haben wir ein erhöhtes Bedrohungspotenzial angenommen. Es ist mit Demonstrationen zu rechnen, mit AED-Anschlägen und mit gewalttätigen Ausschreitungen gegenüber den Soldaten selbst. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken einmal bei jenen, die hier diese Ausbildung sicherstellen und vor allen Dingen auch jetzt hier diese Überprüfung machen, nämlich jener Soldaten des Kontingents KV40, die in den nächsten Tagen dann in den Einsatzraum verlegen. Es ist notwendig und wichtig, dass wir unsere Soldaten bestmöglich vorbereiten auf alle möglichen Einsatzszenarien. Das ist heute hier auch eindrucksvoll bewiesen worden und zeigt auch auf, dass wir mit ruhigem Gewissen, nämlich ich als politische Verantwortung, als Verantwortungsträger, aber auch die Kommandanten, die hier Verantwortung tragen, unsere Soldaten in den Einsatzraum entsenden können und auch dort wieder wie gewohnt großartige Leistungen treffen. Herr Offizieller Herrn Ernst Tanner, Sie werden im Rahmen des Outcome 40 KV mit der Funktion des Command Sergeant Deutscher betraut. Der Kontingenzkammerat, du bist betrunken, schönen Abend, herzlichen Glückwunsch, ich fühle mich auch ein Glück in der Funktion, ich gehe davon aus, dass du auch über den Dienstgarten bist. Über den Dienstgarten bist du. Federführend für die Ausbildung und Aufstellung des 40. Kontingents für den Kosovo-Einsatz ist die 7. Jägerbrigade. Die Mehrheit der rund 400 Einsatzkräfte stellt das Jägerbataillon 25. Das Wichtigste ist die 6-Jäger bet overt Entrepreneursch. Vielen Dank.